Okay, aber die eine Frage, die mich wirklich, wirklich interessiert, die du vielleicht auch nicht beantworten wirst, ist, für wie viel habt ihr denn letztendlich tatsächlich Little Lunch von der Höhle der Löwen tatsächlich verkauft? Eine Million Euro. Nein, kann ich nicht sagen, natürlich, kann ich nicht sagen. Einige viele Millionen, würde ich sagen. Das klingt doch schon mal gar nicht schlecht. Ja, war schon so ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag, irgendwie so in dem Dreh, würde ich sagen. Aber das ist natürlich auch immer total schwer zu kalkulieren, weil wie viel Anteil hast du selber? Wie viel Anteil haben die Investoren? Wie viel Geld bekommt das Finanzamt und sowas? Also man glaubt gar nicht, wie viel Geld da plötzlich denkst du, ah, hier ist das Geld, ah, nee, ah, du, ah, und ja. Moment mal, das ist schon richtig krass. Gerade auch zum Beispiel bei eurem Deal, als sie dann 30 Prozent vorgeschlagen haben oder sowas. Ich habe tatsächlich gedacht, dass ihr den Deal nicht macht, aber dann habt ihr ihn doch noch gemacht. Was hat dich da überzeugt? Weil ich meine, drei von den Löwen zu bekommen, war natürlich, glaube ich, ein großer Punkt. Ja, also ich finde, was ein sehr großer Punkt ist, man muss ja immer ans, man denkt immer ans Publikum. Wenn du in der Show bist, willst du, dass die Leute dich sympathisch finden. Das ist eigentlich deine Top-1-Aufgabe. Das stimmt. Dass Zuschauer sagen, boah, was für nette Jungs. Weil die verbinden es automatisch auch mit dem Produkt und wollen es dann auch kaufen. Und sie hatten ja wirklich, also die Sales waren brutal nach der Show, auch im Supermarkt und so. Und ich finde auch, wenn Gründer ein gutes Angebot bekommen und dann so sagen, nee, wollen wir nicht. Das ist für den Autonormalverbraucher, der zuschaut, unsympathisch. Ja, das stimmt. Wenn der Deal blöd ist, dann musst du ihn ja nicht annehmen. Aber trotzdem will man maximal sympathisch rauskommen. Und wenn du dann den Deal annimmst, dann kommst du halt auch sympathisch vor den Leuten. Und man muss auch sagen, wenn ich jetzt in so einer Extremsituation wie in der Fernsehshow so ein Deal zusage, ist es ja kein bindender Vertrag. Das stimmt natürlich auch. Ja, und deswegen könnte ich ja immer noch im Nachhinein sagen, ich habe mich zweimal mit dem Thelen getroffen. Thelen war super unsympathisch. Warst du natürlich nicht. Super Typ. Das wird out of context, genau. Dann muss ich dann den Vertrag nicht unterschreiben. Ja, klar. Und für uns war der Deal gut. Ich meine, was hätten wir alleine schon gemacht, ohne viel Geld. Wenn du so ein Unternehmen aufbauen willst und du nicht ein paar hunderttausend Euro hast, um das zu pushen, dann funktioniert es halt einfach nicht. Okay. Was hast du dann mit dem Geld angefangen? Suppen gekauft. Ja? Ja, ausschließlich Suppen gekauft. Okay, also ich meine nicht nur mit dem Investment von den Löwen, sondern auch tatsächlich, als ihr dann Little Lunch verkauft habt? Nix. Nix? Nix, gar nichts. Okay, erstmal auf der Bank liegen lassen. Ja, nee, also keine Ahnung. Es gibt nichts, was ich jetzt irgendwie mir kaufen will oder sowas in die Richtung. Also wir haben jetzt ein neues Unternehmen gegründet und da haben wir natürlich ein bisschen Geld investiert, neben anderen Investoren. Aber ich persönlich, wir leben jetzt aktuell seit einem Jahr in Bali, in einer relativ kleinen Bude für 1000 Euro im Monat. Und da brauche ich auch nicht so viel Geld. Ja, das stimmt. Das ist, ich habe mein Auto verkauft, habe keine Wohnung mehr. Ich habe meinen Roller gekauft für 2300 Euro. Oh shit. Und das war es eigentlich auch. Also es gibt, ich habe keine großen Wünsche, die ich mir mit Geld kaufen könnte. Das Einzige, was ich halt habe, ist, ich kann mein Leben leben. So, das ist mir das Wichtige. Könntest du das letztendlich sozusagen bis ans Ende deines Lebens machen? Mehr oder weniger? Ja, okay. Nein. Aber du bist wahrscheinlich schon mal ein gutes Stück dabei, würde ich sagen. Ja, also wenn ich jetzt alles super anlegen würde und Spaß am Leben würde und sowas, dann funktioniert das ja immer. Da geht es schon, aber es wäre auch super langweiliger. Ja, das stimmt auch wieder. Aber ich meine, in Bali ist sowieso der Lebensstandard ja eben nochmal ein bisschen geringer. Ja, man kann auch teuer leben. Also geht auch. Absolut, das kannst du überall. Aber das stimmt schon. Ich meine, wenn du gerade gut Geld bekommen hast oder sowas und dann nach Bali gehst, ist das natürlich optimal. Voll. Kann ein bisschen sparen. Ich glaube, dann lässt es sich auch gut leben. Ja, total. Nächster Podcast würde Bali sein. Ja, voll gerne. Du hast eh gesagt, dass du mal kommen willst. Ja, auf jeden Fall. Also das ist mein nächstes Reiseziel definitiv. Gerade vor allem, wenn du noch da bist. Ich glaube, du bist ja noch ein bisschen mehr als ein halbes Jahr da unten, oder? Eher eineinhalb Jahre noch. Eine? Ach, doch noch so lange. Okay. Ja. Krass. Also ich habe keine Pläne. Ich bleibe einfach mal. Okay. Ja, perfekt. Ja, wenn man von Bali aus arbeiten kann mit mir zusammen. Ja, perfekt. Ist das natürlich optimal. Kann ich ein bisschen rumführen. Ja, auf jeden Fall. Also da freue ich mich schon richtig drauf.